Guten Tag, meine sehr verehrten Fluggäste, mein Name ist Martin Lenz und hier Kugel und heiße Lick-Frei. Wir sind heute Ihre Piloten. Ich freue mich, Sie eben und der gesamten Kugel bei uns an Bord von Gendek begrüßen zu dürfen. Wir haben bereits einen Stadtfreigang und wie Sie sicher schon gemerkt haben, befinden wir uns auch bereits schon in der Standphase. Das war's, da wir voll in die Stürzen nicht. Ich bin der Landtag, das ist ein Plätze, das ist ein Fluch. Bad lag. Sie sind da überstehen, bad lag. Das war's für heute. Das war's mit gemütlich hier. Schluss mit Lustig. Wollt ihr schneller? Ja, ja. Wollt ihr alle schneller? Ja. Na, muss ich die Kamera auf Ende sehen? Ich werde da oben. Ich bin alle gegangen. Na, muss aber auch ganz schön. Eigentlich, eine Schöpfung, eine Schöpfung. Wehrer, den Schwung. Lennach, Lennach, du. Lennach, Lennach, du. Lennach, 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 und komm. Wollt ihr auch so? Du hättest länger durchgeführt, dann geht das ganz gut. So, alles klar, ab und auf mit euch. Jetzt haben wir die Kompüter. Jetzt ist es los. Jetzt habe ich ihn. Du warst gut. Die Stöne geht weiter. Wollt ihr noch eine Zugabe? Wollt ihr alle noch mal? Na los, jetzt möchte ich jetzt mal ein bisschen lauter von euch hören. Wollt ihr noch mal? Nein. Das war auch noch mal die letzte Runde. Entschuldigung, wir legen noch mal los. Das ganze Runde wird schrug hier. Wie lange? Die letzte Runde. Das ist ja es geschafft. Die Abzug. Die Abzug. Die Abzug. Das ist zum Schnitt. Das hat uns zu schlafen. Ist das so extrem. So extrem. So extrem. So extrem. Der Vater fand, was er im Bild für uns, und was er uns denn so voll Tag gegeben hat, beim Freemam. Bis zum nächsten Mal, kommen Sie mit euch.